Hallo, ich bin die Viola, ich bin im Office-Bereich tätig. Meine zusätzliche Aufgabe bei Dentaputé ist die Paralontologische Fachassistenz. Hallo, ich bin die Uschi, ich bin für die Patientenbetreuung vor und nach der Behandlung zuständig und für die administrativen Tätigkeiten. Hallo, ich bin Dr. Johanna Deschel. Meine volle Leidenschaft bei Dentaputé gilt der Paralontologie und der Endodontologie. Hallo, mein Name ist Fioletta, ich bin Assistentin und ich liebe Kieferorthopädie. Ich bin sehr froh, dass ich mit diesem Team zusammenarbeiten kann. Hallo, mein Name ist Yvonne, ich bin die Mundhygienigerin bei Dentaputé, bin für die Ästhetik zuständig, mache Bleachings, Mundhygiene und so weiter und bin froh, hier arbeiten zu können, weil ich hier immer wieder neue Herausforderungen habe. Hallo, ich bin die Carina, ich bin hauptsächlich für die chirurgische Assistenz zuständig. Bei Dentaputé gefällt mir sehr gut die gute Zwischenmenschlichkeit. In einer Zahnarztordination geschieht vieles im Hintergrund. Alles, was mit Buchhaltung, Rechnungswesen und Rechnungen allgemein zu tun hat, dafür ist bei uns Rosi verantwortlich. Hallo, ich bin die Esra, bin im zweiten Ausbildungsjahr. Ich arbeite gerne bei Dentaputé, weil wir hier sehr vieles lernen und dabei auch Spaß haben. Hallo, ich bin die Claudia und bin auch im zweiten Ausbildungsjahr und bin für die Patientenbetreuung während der Behandlung zuständig. Das Ding ist sehr locker und es macht mir sehr viel Spaß, hier zu arbeiten. Hygiene und Sterilität ist in einer Zahnarztordination essentiell. Deswegen haben wir eine eigene Arbeitskraft nur für diesen Bereich, Katharina. Ja, ja, danke. Cheers!